Elton Rauswurf bei Schlag den Star, ProSieben äußert sich Nun sieht sich auch ProSieben zu einer Äußerung gezwungen Erst gestern gab der Sender bekannt, dass Matthias Obtenhüffel, 53, ab Juni die Moderation des Erfolgsformates Schlag den Star von Elton, 53, übernehmen wird Daraufhin teilte dieser ein wütendes Statement Nun äußert sich der Senderchef Hannes Hiller zum Personalwechsel In einem Interview mit DWDL wird Hannes gefragt, was der Grund für den Moderatorenwechsel gewesen ist Daraufhin antwortet er mit einer Sportmetapher Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert stellt sich doch zwangsläufig eine Frage Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel? Demnach scheint es fast so, als wäre der Sender nicht glücklich darüber gewesen, dass der Entertainer zuletzt vermehrt Shows beim Senderkonkurrenten RTL moderiert hat Vor rund drei Wochen war bekannt geworden, dass Elton während der diesjährigen Fußball-EM für RTL das Format, das RTL-EM-Studio, alle Spiele, Tore, Emotionen, moderieren wird Zudem ist er seit Oktober des vergangenen Jahres mit Blamieren oder Kassieren bei RTL auf Sendung und wurde auch für die dort laufende Show Schlag den Besten engagiert Elton selbst hatte mit großem Unverständnis auf seinen Rauswurf reagiert Auf Facebook stellte er gestern Abend klar, dass es nicht seine Entscheidung war, die Sendung nicht weiter zu moderieren Um eins klarzustellen, ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab Er selbst habe erst am selben Tag erfahren, dass er die beliebte Gameshow nicht weiter moderieren darf ProSieben ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite Auf einmal, wetterte er Untertitelung des ZDF für die Untertitelung des ZDF für die